Okay Leute, wir machen weiter hier bei Megaman 1 für den NES. Ähm, ja, beim letzten Mal hat Cutman rangeglaubt. Diesmal muss Gatman rangeglauben. Hoffentlich auf jeden Fall. Ja, ihr hört nach wie vor ein beschissenes Mikro, aber ich kann's da momentan nicht ändern. Ich denke mal, morgen, übermorgen, spätestens wird mein neues Headset kommen. So, mir geht das nochmal hier. Also ja, so, genau. Ach! Ey, war das schon immer so lahm? Ja, ne? Ey! Ah! Stopp! Hallo! Dankeschön. Du auch? Ey, war das schon... Ja, ne? Das war immer so lahm. Okay, was ist das denn? Ach, stopp! Ich rutsche! Ähm. Okay. Na, komm. Das sieht noch nicht so schwer aus. Was ist das denn hier? Oh! Oh! Ähm. Ja. Gut, ähm. Das war ein Abgrund. Für die Leute unter euch, die noch keinen Abgrund von nahem gesehen haben. Jetzt habt ihr ihn so in etwa gesehen. Gott, wie dumm war das denn jetzt? Stopp! Ich rutsche. Ich hab das Gefühl, ich rutsche. Ja, ich rutsche. Okay, wir müssen auf jeden Fall auf dieses Ding da unten. Was sei jetzt angef... Stopp! Äh. Stopp! Stopp! Aha. So, jetzt geh runter. Und hier springst du runter. Genau. Ah, ist doch alles kein Problem. Problem! So. Jetzt hier so rumspringen. Da rumspringen. Nein! Ha! Hier darfst du nicht sterben. Oh! 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 Mike! Oh nein, nicht du schon wieder. Geh weg. Ich hasse dich. Hallo! Junge! Schnell weg. Nee, das ist keine Energie. Ich will nur Energie. Da zum Beispiel sowas. Genau. Achso, wir haben ja eine neue... Genau. Cut-Ding. Was? Wieso? Okay, ich will das nicht haben. Hör auf! Ja, natürlich. Du brauchst du einfach neu. Spring ihn um. Ja, natürlich haben sie vorher Energie. Oh Gott, ich kriege ihn nicht in einem... In einem Durchgang kaputt. Ey, Junge. Könnte ich mich vielleicht mal nicht von jedem Gegner treffen lassen? Vielleicht nur jeder... Haha, nein, scheiße. Tragno. Ach, dumm. Egal. Reicht. Oh, oh, oh. Oh, nein. Ich will in der Mitte runter. Also in der Mitte. Klar. Oh, ja, ja. Komm, ja. Ach, komm, scheiß auf euch. Nein! Hallo, ey, wenn ich jetzt in den Stacheln falle, klippe ich aus. Okay, ich habe keinen Rush. Super. Ja, ich brauche eh kein Leben. Wer braucht schon Leben hier mit Megaman? Oh, nein. Am Moment. Stopp. Jetzt versuche ich mit dem Cutter-Ding. Spring ihn um. Hallo? Siehst du mal was ab? Was ist denn? Wieso kriegst du beschissene Waffen? Hallo? Könntest du ihn urgenmal killen vielleicht? Das wäre irgendwie ganz cool. Oh, geil. Ich habe eine kleine Kugel bekommen. Fett. Wie das war's? Nee, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin beim letzten Mal schon drauf eingefallen. Hier ist noch mehr so komischer Typ. So komischer roter Mann, der eigentlich nicht rot ist. Aber einige werden es verstehen. Die anderen nicht noch. So. Doch. So blöd. Ja, ich weiß. Das war's. Nee, oder? Ey, dann ist wahrscheinlich Karten ganz mehr richtig stark. Moment, Moment. Stopp. Okay, wir können einmal versuchen. Haha. Äh. Das zieht eben nicht so viel an, ne? Ey. Okay. Hallo? Ey, ich falle jedes Mal hin. Ah, okay. Ja, ich hab'n raus. Okay. Ja, ich bin tot. Aber egal. Ich glaube, ich schaffe ihn jetzt. Ich glaub' ja. Okay, ich bin jetzt zweimal mehr gestorben als zu einem ersten Gegner. Aber nicht schlimm. Ein Leben haben wir noch. Ansonsten war die Stage nicht wirklich schwierig. Hier brauche ich nur zu laufen und zu schießen und zu laufen und zu schießen. Da kommt noch so ein Typ mit dem Helm. Da ist noch einer. Und ich lasse mich genau treffen. Weil ich kann mir das voll erlauben, mir kurz zum Endgegnern. Vor allem war das richtig schwierig, dem auszuweichen. Einfach immer weiter zu schießen. Das war schon... Fett. Boom. So. Gutsman. Guter Kollege. Ja. Aha. Ey. Stopp. Hey, hallo. Ich kann nicht... Wenn du mich jetzt... Junge, ich bring dich um. Ey. Ohne Spaß. So. Ha. Was zum... Alter, wie... Wie dumm der ist. Hey. Ich kann... Ey. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Aha. Ja, wenn... So. Komm her. Ja, Mann. Fick dich, Junge. Siehst du, ihr dachtest, ich geh dem Over. Aber... Pff. Scheiße ist, Mann. Tschüss, Gutsman. Ja gut, ich hab zwei Leben verloren hier, aber ist nicht schlimm. Eigentlich wollte ich, dass wir Episoden weiter hochladen. So ein Gegner, eine Folge, aber... Nee, wir sind erst bei fünf Minuten. Obwohl, andersrum, ich hab nur ein Headset bisher. Ähm, ja. Ich habe diesmal nur ein Headset. Ähm, Leute, ich lade euch jetzt einfach mal hoch. Wenn das... Ich weiß es ist... Ach, komm, ich mach noch ne Folge, Mann. Wenn ihr los hier, verdammt. Da-da-da-da-da-da-da-da. Iceman clear. Poli... Okay, wir haben auf jeden... Ich bring mich direkt am Anfang um. Ich hab keine Lust, dann nachher mit null Leben anzukommen. Und dann, ähm, beim Entgehen zu verkacken. Ja, komm, komischer Roboter, Mann. Ja, ja, spring mit deinem Kopf ab. Ja, krass. Ey, ich suche mir eine Schlucht. Es geht schneller. Nö, es gibt keine Schlucht hier. Geil, zwei Roboter-Männer, die ihren Kopf einfach losfliegen lassen. Drei Roboter-Männer. Eigentlich ist alles Roboter-Männer, ne? Fett. Also, wenn ich nicht versuche zu sterben, Schavis zu sterben? Fuckt euch das mal an. Hier komm, du kannst das auch. Du siehst bestimmt hier im Pinguin. Klar. Oh ja, und was macht ihr so? Ja, ich gucke so zu wie jemand bei Megaman, versucht zu sterben. Aha. Geht so. Ich hoffe, ich durfte mich hier. Ja, ja, klar, Mann. Continue. Habe ich jetzt wieder zwei Leben? Ja, ne? Ich müsste zwei Leben haben. Und wir haben auf jeden Fall die Stärke von Gutsman. Ja, ich habe zwei Leben. Alles klar. Was? Egal, kann nichts passieren. Ich habe hier Energie vorgesorgt. So, komm, Roboter, Mann. Ich weiß, dass du da bist. Da oben kommst du jetzt. Wow. Hui. Okay, ich glaube, wenn ich die im Kopf treffe, ja, dann sind das One-Hits. Sehr schön. Und ich dachte schon, dass wir dein Problem werden. Und ich hoffe, ich reiß mein Maul. Okay, da kommt ein Pinguin. Komm, ja. Ja, ich habe, ich wusste, dass er das macht, aber ich habe es einfach nicht verhindert. Dumm, ne? Ziemlich. Ziemlich. Aber egal, wir haben ein Leben bekommen. Mir ist alles recht jetzt. Wow. Und ich bin mal gespannt. Viele haben geschrieben, boah, Megaman 1 ist voll schwer so. Also bisher kann ich das leider nicht so unterhalten. Also das ist leider, ich bin froh, dass es nicht so wirklich schwierig ist. Aber, na, komm, Pinguin. Boah, wenn ich mich jetzt hätte jetzt treffen lassen, wäre ich aus. Jungen, äh. Aber ich muss dann die ganzen Menschen, die hängt mir. Cool, dass ich, wundert mich, dass das kein Leben ist. Ja, mhm, hier ist ein Leben, man bekommt es leider nicht dran. Also fick dich doch bitte Megaman. Okay. So. Energie holen. Hätten sie mir gleich auf den Weg legen können. Ey. Ey, dieses verfickte Eis. Ja. Okay, deshalb haben sie es mir nicht auf den Weg gelegt. Tschüss. So, was ist hier? Hä? Wie komme ich denn da hoch? Hallo? Hä? Wie komme ich da hoch? Okay. Ja, okay. Alles klar. Was? Was? Hä? Wie? Ich komme... Okay, ich habe meinen Gegner gefunden. Erscheinen... Okay, jetzt kommt der Link. Ne, Moment. Fuck. Oh, dumm. Ich hätte doch einfach hochladen sollen, man. Dann wäre die Folge so cool geworden, weil ich es einfach nicht versaut hätte. Aber jetzt ist es... Stopp. Junge. Moment. Hier. Ach, Gott. Dankeschön. Ah, Moment. Das macht doch... Ja. Stopp. Hüüüüü. Schnell. Bäh. Hm, 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 hm. Ja, ja. Geil, Megaman. Du bist echt geil. Hey, ich bin gesprungen. Ihr glaubt mir das jetzt nicht, aber ich bin echt gesprungen. Ich glaub mir, dass er selber nicht will. Aber ich bin trotzdem gesprungen. Kann ich hier vielleicht? Ey, ich... Junge, ist gut. Hör auf, so rumzuspinnen jetzt. Ey, wieder komm ich doch nie im Leben hoch. Ich weiß, wie ich die Folge vollkriege. Hallo? Bist du zu blöd, um zu springen, während du läufst? Hier, schaffst du es doch auch. Ey, wisst ihr, mich bringen doch nicht mehr die Gegner zum Ausflippen. Aha, aha, Moment. Ich muss gerade ein bisschen weniger abfacken. So, warte, jetzt kommst du da oben. Haha, ja, 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 ja. Und ich hoffe, wenn ich sterbe, komme ich... Stopp, halt fest. Nein, weitere Erscher... Haha, Moment. Tschüss. Moment, ich muss den hier gerade verschüssen. Moment. Wow. So, ich will den erst weg haben. Der ist mir zu dumm. So. Nö, ich mach das hier nicht. Warte, bis der weg ist. So. Jetzt lade ich den Scheiß her auf. nehmen wir nicht ganz mensch stärke sondern die kack stärke hier so und dann mal gucken hier musste herausfinden okay dahin okay das heißt ich kann da erst stopp okay ich kann da anfangen dann da hoch und dann nach links alles klar okay wenn da die steine kommen dann ist vorbei dann kriegen wir das sind so jetzt geht da oben jetzt da okay da das war dumm moment stopp stopp ich weiß das muster leider also ich sehe das muster ja aber das ist dumm weil ich mache okay das habe ich nicht hätte ja sein können ich muss mal gucken irgendwie klappt das bestimmt selbst mit einem iq von drei ich hier moment das ist dumm hier drauf zu gehen wieso mache ich das das ist doch klar dass das nicht klappt ich so dahin darunter genau geil okay also ich muss sagen ich verstehe das muster nicht ich bin ich dumm also wenn ich von dem einen block da abspringen bereich das glaube ich zeitlich gar nicht mehr doch nein okay ich habe ich habe raus okay leute ich habe raus ich glaube ich habe dahin dann darunter genau ja geil mega man war schon ganz cool so außer das war total dämlich wird genau wie ich so darüber dann darf lang so okay hat gedauert aber egal ende fest stopp du schießt ich kann bestimmt nicht auf dich drauf oder du bist bestimmt ein gegner und wenn ich versuche mal okay ich kann darauf drauf wow wow so schön am liebsten immer wieder am liebsten nein doch nicht hier seid ihr dumm okay dann da oben links wenigstens oder shop boah habt ihr alles gesehen guck mal wie umfährt guck mal guck mal guck mal hat wie dumm ist das denn jetzt egal jetzt kriege ich es direkt auf anheben pass auf so ich habe das muster vergessen ich weiß das muster wieder auch dumm okay egal wenn ich jetzt game over gehe dann lade ich halt die folge hoch ich habe mein ziel erreicht ich wollte nur einen gegner killen stopp stopp okay ich musste dahin nein moment ich musste okay ich habe alles raus alles klar ich habe alles im griff glaube ich da kommt so dahin dann da und dann da ich habe vergessen wie es weitergeht da das war dumm total sogar ah ja stimmt okay alles klar megaman du bist cool wenn du das jetzt schaffst und wenn nicht dann muss ich dich leider nein ich habe die position vergessen dünn 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 megaman macht moonwalk wieso kann ich mir das eigentlich nicht merken eigentlich sind das nur 5 6 7 verschiedene kombinationen die ich mir merken müssten müsste es kann doch nicht wahr sein dass ich jedes mal diese verfickte sekunde zu spät abspringe ich sag so ja ich mache weiter wenn ich game over bin stopp nein ich komme da nicht Moment wie habe ich das denn eben gemacht stopp da dann da da den sprung schaffe ich nicht ich habe ohne spaß ich habe vergessen wie ich das eben gemacht habe ne ok ich musste darüber ok das könnte ich vielleicht schaffen von rechts im block ich rede hier einfach immer weiter ihr wisst gar nicht was ich meine ja jetzt kommt da der beschissene block jetzt da ja ja ok 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 alles klar jetzt schaffen wir es ok pass auf gar nicht so schwer guckt da da kommt da der block warten wir jetzt springen wir dahin jetzt dahin und dann da runter genau jetzt kommen wir diese komische ekelhafte figur auf dem boden 012 gott stopp ok problem gelöst so ich will doch hallo falsch hey ich habe schon wieder so wenig energie ich habe vergessen wie es weiter ging krass ich mir nichts merken kann ok ok ich weiß es wieder alles klar wo das problem hier guckt dahin dann dahin und ich hoffe dann dahin jetzt warten dann dahin nein ich musste nochmal springen ok ok kein problem wir klären das jetzt gar kein problem so dahin ja so und jetzt wieder kommen die komischen männer wieder die einfach total umfällig weil ich die sprünge nicht schaffe stopp so wird jetzt auf ihm drauf das ist alles kein problem nein habe ich in diesem part oder im letzten part gesagt ich weiß es nämlich nicht dumm ne aber ich egal ich stehe zu meiner devise ich sage es ist nicht unmöglich ich krieg das denn egal wie lange es dauert ich habe ey kommt mir das jetzt nicht glauben aber ich habe wieder die reihenfolge vergessen ich glaube da moment dann da jetzt recht kommt er da stopp nach ja 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 ich weiß ich weiß ich weiß kommt macht moonwalk oder irgendein zum scheiß ey gott sei dank ist nur noch ein leben gott sei dank ist nur noch ein leben vorhanden danach beende ich die folge nämlich auf jeden fall da habe ich nämlich mehr genug für einen tag von megaman dann mache ich morgen den rest weiter da kommt das ding jetzt da hoch springen jetzt da hoch springen da runter schön warum nicht gleich so aber ihr seht es langsam klappt es besser jetzt werde ich da jetzt natürlich wieder aber den komischen ekelhaften fickviechern sterben kommen fahr weg du komisches ding hier nimm das so so das ding da mitnehmen so 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 dann darüber kurz warten springen springen ja seht ihr so und jetzt ey ich hätte irgendwie gibt es hier irgendeine Attacke also was heißt Attacke so eine Art Ding was mir ein Schild zaubert wenigstens vor kurzer Zeit so stopp stopp boah nein oh Gott geh weg geh weg so okay Leute es sieht gut aus ich warte ich gucke ich gucke komm 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 stopp nein hallo ey ich komm nicht an ihn dran okay okay jetzt 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 okay Leute das sieht gut sehr gut nein es geht weiter mit diesen Dingern okay alles kein Problem Pinguine 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 ey ey komm ja ja okay Leute nö wir machen bei Iceman ich hab noch ach ich hab ja ein Leben nö da mach ich weiter geht gar nicht ne 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 dann gehts weiter ey wieso hab ich denn noch zwei Leben hä versteh ich nicht wahrscheinlich finden die Entwickler so nett gewesen dass ne weißt du was wenn der Absturz kommt das ist eh schwer genug ich zieh dir einfach kein Leben ab so da hoch tschüss ey gleich hab ich keine Cartman Scheiße mehr hä wo hatten wir denn die ganzen Leben her verdammt so nimm den Scheiß ey könnte ich vielleicht ein einziges Mal ich erwische mich gerade selber dabei wie ich bei Megaman laut werde und ich wollte eigentlich dabei nicht laut werden echt ich hab mir vorgenommen und gedacht ne komm laut werden bei Megaman total unsinnig nein stop 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 oh oh ich bin noch ja genau hier wollte ich hin stopp da hoch da hoch da zur Seite springen warten dahin springen hoch springen nach rechts nach rechts komische fliegende Helikoptermänner ja komm oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott stop hört auf hört auf scheiße zu sein bitte das ist voll gay was ihr macht haha jaja ihr dachte der trefft mich ne aber ist vorbei so jetzt war ich so ich verarschen ne jetzt mal ernsthaft ohne spaß also ich meine und die erste draußen ja junge fick dich hey krass ich habe 18 schüsse verbraucht und krieg ein wieder aufgeladen ist das nett voll geil eigentlich danke spät du bist ich werde gleich eine spenden hotline aufrufen für ein neues gamepad weil das wird gleich überstanden haben genau wie mein altes headset was auf mysteriöse art und weise kaputt gehen weil es einfach meinte nö fick dich was einfach moment ich muss mich gerade konzentrieren moment ey nein ey ey ich habe ohne scheiß megamet ist ja nicht so wirklich schwierig wenn man das mal so rein perspektivisch betrachtet fahr mal schneller und ja aber einfach und fern wenn ich so auf gegner springe bei den ersten 18 mal klappt beim 19 mal einfach durch uns durch das scheißegal so braucht keine sauf faire gegner das ist schon okay ist okay ich verstehe das ihr hattet als kid nie freunde ihr leidet an aids an irgendwie sowas ist okay müsst ihr mir nur sagen dann verstehe ich das auch alles kein problem so jetzt ich möchte nur einmal vorbeikommen ohne pinguine also mit wow stopp stopp ey junge fick dich Leute ich sag bis morgen ach ja doch bis morgen tschüss jetzt doch jetzt Sie ich